Musik 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 Die Mannschaft mit der 30, Martin Geisthardt, die 3, Christian Prest, die 11, Dennis Ziga, die 14, Pascal Matthias und die 15, René Gewelke. Außerdem dabei mit der Nummer 18, Marcel Brendel. Flankiert von den vorhin schon angesprochenen Kindern aus Tschernobyl in Grün und den Halberstädter Wolfsplatz-Kindern in Gelb-Blau. Beide Mannschaften also hier mit einem herzlichen Willkommensgruß. Und diejenigen, die für den VfB Germania hier auf dem Rasen stehen als erste Elf, das sind im Tor Sebastian Kischel mit der 3, Sven Haidt, mit der Nummer 4, Randy Gottwald, mit der Nummer 7, Robert Kalbus, mit der Nummer 8, Ingo van Dreycke, mit der Nummer 10, Enrico Gerlach, mit der Nummer 11, Florian Eggert, mit der 13, Mario Hosenthin, mit der Nummer 14, Alex Kopp, mit der 16, Felix Pinsker und mit der 26, Philipp Salbach. Zur Verfügung stehen heute außerdem Chris Borgsdorf für das Tor, Tim Keibig, die Nummer 2, Stefan Ries, die 5, Sascha Rode, die 6, Chris Reitz, die 9, Steffen Kopp, die 20 und Andreas Sommermeier, mit der 21. So herzlich wie beide Mannschaften grüßen wir auch heute das Richtertrio. Leiter der Begegnung ist Felix Benjamin-Schwerber, seine Assistenten Mike Weiß und Marco Uhlmann. Und damit auf einen letzten Countdown, hier geht's los, Paul Spiel Germania Halberstadt gegen den 1. FC Magdeburg. Viel Vergnügen auf ein gutes Spiel, alles Liebe und Ihre Unterstützung, ich dürfe mir erwarten, Dankeschön. Vielen Dank. Mehr kann man nicht rein nehmen, noch mehr, ne? Ich bin auf den, geile Quali, ich versuche auch nicht zu wackeln. Wenn es noch nicht geht, geht dann. Sie sind auf den Gingern. Aha! Ja, na, na. Jetzt ja, ich losge in die Sache, die ist schon ganz schön. Klar, sondern auch nicht größer. Wissen Sie schon auf den Husten. Die sind ganz schön, die sind so glücklich. Und dann gehen sie hinzubekommen. Ich entspann's nach vorne. Also, ich werde Chlen zu fahren. Maulzeit. Maulzeit. Was? Die sind nicht allmählich. Ich hab's nicht mehr mal. Was? Was? Mach es nachher. Jetzt wird es erstmal bequem. Wieso? Wieso? Nach 8? Eigentlich nach 10. Aber ich lass ein bisschen länger. Also so 8-9 Minuten. Na, ist auch 10 Minuten. Okay. War ich mit der Reise? Ja. Ja. Okay. Ich hab extra Vorsicht. Alter, das war aber auch noch besser. Das ist mir das besser. Ich hab das nicht. Das war aber auch noch weiter. Und dann hat das auch noch mal die, die Groningen. Oh, ne. Mach es mal so weiter. Hey, ey, ey. Der Räume ist los. Die Räume ist los. Die Räume sind los. Die Räume sind los. Die sind los. Die Räume sind los. Die sind los. Vielen Dank. Ja, das ist halt so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab da richtig vorne drauf gehad. Ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Nimm mal noch ein paar Fotos. Naja, die ein bisschen nervig sind. Entschuldigung, hast du das aufgenommen? Entschuldigung, hab ich das aufgenommen? Ja, das sind alles nachgebogen. Alle? Ja.